Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt doch auch festgenagelt rücken sie dort hin vor nur so können wir machen überhaupt finden okay wo alles kontaminiert in frankreich da ist die jenner leidet schwere verluste die halten nicht mehr lange durch beheilung sonst schaffen sie es nicht mehr zum treffpunkt stellen sie mich durch hier ist wie lange noch drei minuten halten sie ihren perimeter wir sind fast da die wir wollen andere strafenseite und los etappe runter ich bin drin der schöne französische buchladen ok ok mal sehr schön mal baller ich mich hier so durch alter hier ist alles grün von dieser kontaminations dienst zeug die russin abend von den kardakumben außer den chemischen angst durchgeführt volk ok 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 der zielperson unterwegs wir müssen den hof durchqueren frost grinch deckungsfeuer geben los los ok ok da oben ist er der schönes gespeichert aua es tut alles weh ok ich gehe mal durch die läden so einmal in deckung gehen lieber bevor ich jetzt irgendwas falsch mache mal eine granate da rein ok ich habe den getroffen er hätte mich richtig angeschossen der hätte mich richtig getötet wahrscheinlich ok ein da hammer ey überall das gas und so das ist hammernice ey die kasse runter los jetzt position bezogen und bereit bitte um ziele anpassung beendet bereit für signal anpassung beendet ok ok sehr schön da ist er zerstört er zerstört sehr gut das ist schon wieder so eine mission total aber anstrengend das finde ich einmal nachladen wir sind fertig der reingang ist da vorne metro 01 mein treibstoff geht aus brauche 10 minuten zum nachtanken und nachladen over verstanden danke für die hilfe warhammer hier drüben der reingang ist da vorne wow da muss ich jetzt rein wow ok dann gehen wir mal da rein überprüfe aufgift im moment keine kontaminierung in diesem bereich masken absetzen und augen offen halten wird über die schattel slim der position eingeloggt wir sind entweder also trage eine position markieren sie ihren weg mit leuchtsignalen damit sie sie finden Oh ja. Okay, was passiert? Achso, die brechen das Ohr. Ich habe gedacht, wir könnten wieder mit irgendwie so einer coolen Exklusions-Action da durchgehen. Aber jetzt wohl nicht so. Bis sich da jemand den Kopf stößt. Hier entlang. Das ist wieder eine Mission, die ist... Also ich finde die echt schwer, die Mission hier. In dem Spiel selber, in Teil 3. Ich finde, in Teil 1 waren die nicht so schwer. Das ist ein Grab, yo. Ja, toll. Das ist nochmal früher. Ja. Das ist Volk. Overlord. Der Arzt fliehend hat uns identifiziert. Auf Volk. Verstand so rein. Denken Sie daran, dass wir Volk leben brauchen. Er hat die einzig brauchbaren Informationen über Makaros. Auf Volk. 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 Verstand so rein. Denken Sie daran, dass wir Volk Leben brauchen. Er hat die einzig brauchbaren Informationen über Makaros. Oh Mann. Ich habe gedacht, ich kann da durch ey. Ach, das ist doch scheiße, das Spiel, ey. Nicht in das Spiel. Nachladen. Haben wir, so ein Pulli macht eben, so ein Bundeswehrautos kaputt, okay. Und F. Komm, fahr doch. Sehr schön, den habe ich. Ich denke schon, wieso fährt der denn nicht, der Idiot? Ich weiß es aber auch, wie so. Okay. Oi. So, da ist der Nächste. Alter, was ist das für ein Helikopter? Passiert doch gleich irgendwas, das weiß ich doch jetzt schon. Ist doch immer so. Ah, jetzt wieder auf dem Beifahrer, nix? Ist das Auto gesprungen? Hammer, nix, ey. Ja, von wegen, ey. Das geht gar nicht. Fluchtfahrzeug erledigt. Raus hier. Schau schon, Arschloch. Ach. Hier, Metal 01. Treffer. Volk ist gesichert. Ach, kleiner Uhrenzohn. Ruhn Sie zur Befragung rein. Wir holen alles aus dem Haus, was selber Makarov weiß. Truck, wir haben Volk. Sind unterwegs. Verstanden. Raptor 2 wirft den Motor an. Bootgohr Gröning. Summer.